Servus Leute, heute sind wir wieder hier, Propant, Kartoffelkommando und wir haben wieder Leute mitgebracht. Hallihallöchen! Oh mein Gott, ist da laut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr seid ja so neidisch. Nils, Nils, du musst dich schwer zurücknehmen. Wer ist sonst noch da, stell dich vor. Ich bin da. Was ist da? Hallo ich. Ich bin der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann. Ich bin der Küste. Also wir haben hier, wir sehen können Kubi bei uns, das Kubzeit. Und äh, Alter ihr. Hallo ich bin Twitter. Und Peppy von nicht massensaglich. Und die böse Hexe von Peppy Rat. Und ich hab das beste Versteck der Welt, wobei ich verkackt hab das richtig Item aus der Welt. Wupp! Hoffentlich sehen sie uns nicht. Würde mal interessieren, ob man... Scheiße, nein! Hoffentlich sehen die mich nicht, ich bin nur so klein. Ich verschieb grad mein Versteck. Ne, der erste haben wir schon. Ah! Okay, jetzt passt es wieder. Wieso hab ich das Gefühl, dass Alex eine Kiste ist? Ich bin nicht vor sich drüber gelaufen und du hast dich nicht bewegt. Ich hab mich verknüpft. Oh, das ist so süß, diese Kiste hier. Wie sie da hängt. Und wie ich sie langsam halt... Wo? Warte, ich nehm die Crowbar. Wo bist du denn genau? Nein! Euer Ernst? Das ist jetzt irgendwie... Wo denn? Nein! Ich würde mich halt nicht alle im selben Raum verstecken, ne? Oh, yeah! Yeah! Ich bin mir grad nicht sicher, was das mit versteckt ist. Respekt für den Taunter. Der Arschkarten Taunter. Der ist irgendwo oben, glaub ich. Oder hier hinten. Oder in der Küche. Naja. Ist er jetzt... Ich weiß nicht noch nicht mehr, was da ist, auch wenn ich die Maustaste... What the fuck? Auch wenn ich drücken kann, dass ich er sein will, bin ich mir nicht sicher, was er ist. Nils? Warst du schon in dem Raum hier? Ah, nein! Ich kann nicht mehr... Oh! Was war's? Was war's? Was war's? Genau. Das war hier! Da ist ein Blutspritzer! Das war ne fucking Passe da drunter. Ich bin nicht gesprungen, der Schrank ist einfach mitgesprungen. Das sah so geil aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich war mir zuerst überhaupt nicht sicher. Ich dachte ja eigentlich, er wäre einer von den zwei Bildschirmen oben am PC. Aber offensichtlich sind die Leute, die hier wohnen, reich. Hallo, ich hab auch zwei Bildschirmen. Oder einfach Let's Player. Oder Let's Player, ja. Das wird's wahrscheinlich sein. Let's Player. Das ist eigentlich mein Haus, in dem wir das spielen. Kann sein. Oh fuck. Ich hab mein Versteck schon. Uh, ich hab einen von euch gesehen gerade. Fuck! Ich kann nicht sehen. Nimm was Flaches und versteck dich da drin. Fuck! Da hab ich einmal ne ganze Runde überdauert. Was mach ich gerade? Fuck! Was ist los, Mann? Was ist? Ja, gell, was ist? Scheiße! Wahrscheinlich steckt er irgendwo fest und kommt nicht weg. Schlimmer! Wie schlimmer. Er steckt wahrscheinlich irgendwo bei den Gegnern fest und kommt nicht weg. Nein! Schlimmer! Was ist da? Keine Ahnung, was ist noch schlimmer? Hast du AIDS? Ja. Das auch. Ich bin HIV-positiv. Das stimmt. Ich bin keine Milchkanne, nein! Ach, shit! Der hat mich gesehen! Der hat mich gesehen! Scheiße, alter! Ich war da innig! Das franzige Metzl hier! Alter! Jungsau! Ich war, ähm, Ding! Ich wollte als erst auf diesen, auf diesen Tresen, wollte ich mich in eine Flasche verwandeln. Was macht der? Verwandelt sich in die, äh, in die, in die Flasche, äh, in diesen Kasten, in diesen Kanister, vor dem einer von euch gerade steht, und ich komme nicht mehr auf das Ding rauf. Dann renne ich rum, weiß nicht, wo ich hin soll und hab mich einfach mal in das Regal vor den ganzen Kisten gestellt. Nö, nö, nö! Ich bin eine Kiste! So, dann wollen wir mal sehen. Oh, das ist ein geiles Versteck! Nice! Nice, Bello! Ja, schieß! Ah, verdammt! Was? Ja, Mann! Ich wusste es! Wieso ist eigentlich, wieso ist eigentlich der Stuhl noch da gewesen nachher? Er hat Stuhlgang! Du warst doch ein Stuhl, oder? Nein, ich war in eine Zeitung unter dem Stuhl! Oh, unter dem Stuhl! Nicht schlecht! Ich dachte, du wärst der Stuhl gewesen! Nein, 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 ich hatte Stuhl, aber ich war kein Stuhl! Ich hab mein Versteck! Hier bleibe ich jetzt! Ihr habt ja verkackt! Oh, Mann! Das sieht man ja zum Glück gar nicht! Die Runde brauche ich erst ein bisschen! Such mal erst mal ohne mich! Let's do this, guys! We are dead to death! Nein, warum geht der da nicht runter? Nein, nein! Lass die Tür offen! Ah! Scheiße! Ich bin so schlecht hin! Was für ein Schrei! Wo ist der jetzt hin? Wo ist der hin? Der Schrei des traurigen Todes! Echt, du bist tot? Ja! Habe ich dich erwischt? Ja, Mann! Ja, Mann! Alter, ich hab ein Versinn durch mit dem SMG durch die Gegend geschossen! Machen wir mit dem SMG Rechtsklick! Das Problem ist, ich sehe null von euch Huntern, ey! Ups! Ich seh euch nicht! Alter! Ich mach hier Obst einmal und nicht einmal wieder! Okay, das ist nicht... Das ist nicht sein Blut, das ist mein Blut! Du hast auf mich geschossen! Ich weiß nicht, warum der nicht kaputt geht und warum wir keinen Schaden nehmen! Sein Problem ist ein One-Hit-Kill! Das ist einfach kein Objektum, das du hier verwandeln kannst! Ja, wahrscheinlich! Deswegen blutet's wahrscheinlich auch nicht! Was ist denn hier los? Ja, die Tassen, die sind normal! Wie viele Dosen stehen immer auf dem Tisch hier? Okay! Ja, damit ich es jetzt richtig verstanden habe! Du erkennst Objekte auch daran, dass du sie nicht umrennen kannst! Weil, also sie bewegt sich dadurch nicht! Ja, das ist mir auch richtig eingefallen! Ja, genau! Achso! Na dann! Okay, davon ist es auch niemand! Voll schlimm! Mir gehen langsam die Ideen aus! Ich kenne richtig einen Adrenalinkick! Ehrlich! Dann geht passt! Ja, Peppy! Äh, ich kann's sagen! Ah, safe! Hm! Was ist das denn für ein Taunt? Das ist der Taunt, den nur die Hunter haben! You don't know the power of the dark side! Ach, ihr Taunt wird! Genau, so wie der! Ja! Ihr könnt euch auch mal wieder taunten! Nee! Ich bin gar nicht drauf! Ich wusste gar nicht, dass die Hunter auch taunten können! Ja, aber nur zwei Stück! Ist das? Nein! 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 Ich bin tot! Nein! Ich bin tot! Wie bin ich jetzt gestorben? Ich habe vorhin da einen Taunt gehört und ich dachte mir, irgendwie musste er dahinter sein! Und genau in dem Moment kommt er raus, wo ich eine Granate hinschieße! Wie viele Punkte hast du noch? Ich bin gerade einfach gestorben! Ich bin gerade einfach gestorben! Oh! Dann glaube ich, kille ich mich jetzt mal eben selber in einem Versuch! Okay, ich bin nicht gestorben und ich habe ihn nicht erwischt! Ich bin tot zu explodieren! Das ist sehr ungut! Alter! Ich habe aber nur noch 5 Punkte und keine Tests mehr! Mach das nicht nochmal, Black Laser! Wieso? Er ist da irgendwo! Ich glaube auch, dass er da irgendwo ist! Aber ich habe keine Muni mehr! Du kannst einfach alle Kisten mal bewegen! So ein bisschen! Das geht eben leider nicht so ganz! Zerschlag halt erstmal! Warte! Ich weiß, welches falsch ist! Ich weiß, welches falsch ist! Ich weiß, welches falsch ist! Da sind unten links zwei gleiche, ne? Das rechts daneben! Das rechts neben den beiden! Das müsste sein! Kann man es irgendwie ändern, wie man es spectatet? Irgendwie nehme ich keinen Schaden! Und außerdem... Gibt das irgendwie den falschen Sound? Ich weiß auch nicht! Ich muss auch gerade erstmal durch! Da kann man nicht hin! Das ist es nicht! Oh, das war ja ein Fountain! Den habe ich fast gar nicht gehört! Bin drauf gegangen! Schön mit dir! Nein! Das ist der Linkste, oder? Ja! Nein! Der ist unter dem scheiß Stuhl! Nein! Das war scheiße! Der gleiche scheiß Stuhl, wo ich vorhin war! Genau! Bei dir hat er in der Ecke rausgeguckt! Ich habe gedacht, das ist ein super Versteck, weil du genau davor das Felder genommen hast! Der Peppi hat das jetzt nicht rausgefuckt! Nein Peppi! Damit hast du nicht gerechnet, ne? Nein Peppi! Nein Peppi! Nils, deinem Tipp gebe ich beim nächsten Mal kein Wort mehr, du! Was? So geht es echt nicht! Dein Tipp war voll falsch! Wir müssen uns beeilen! Ja! Nein! Nein! Raus hier! Nein! Nein! Das ist doch okay! Danke wieder!